Hallo und Willkommen zu Let's Play, Diana Jones und der Tom von Barbell. Ich hätte die Formate vermettet, wie soll man nennt, runterschauen müssen. Sonst hätte er wahrscheinlich schneller geladen. Ähm, ja, ich spiele es nach langer Zeit wieder. Tun wir der Angel of Darkness, ist ja zu Ende. Wir sterben. Leider habe ich eine schlechte Nachricht. Wegen einem Missgeschick. Das konnte ich jetzt nicht sehen. Wegen einem... Ah, es geht doch schneller. Wegen einem Missgeschick... Gesch... Bläpp... Hä? Die Farben haben sich sehr schnell geändert. Wegen einem Missgeschick, das ich leider nicht begreifen kann. Oh, geht er automatisch runter. Habe ich das letzte Video gelöscht. Das heißt... Ich kann euch ja sagen, was passiert ist. Also, wir sind hier längst gegangen. Bla, bla. Haben... Das Tor da geöffnet. Das war... Das war ein Tor... To... Bäh... Zu... Ein Tor, das zu war, war da. Ich weiß gar nicht, wie man da... Wie machen wir eine 80-Grad-Abdrehung? Wann das jetzt? Olé! Olah! Olé! Ha! Der gute Aldemi! Ähm... Das ist gehen. Das ist Waffenwechsel. Ähm... Gib mir einfach... Gib mir die bessere. Genau. Ich weiß gar nicht mal, wohin. Das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war Februar, glaube ich. Mann, geht die Zeit schnell rum. Oh, Gott. Macht die Zeit nächstes Mal auf der... Auf Planet Erde länger. Länger. Und unstabiler. Ja, nicht schlecht. Äh. Solange ich keine 180-Grad-Junk... Wenn ihr mich kurz entschuldigt, ich muss Steuerung nachsehen. Falls es die Worte mehr gibt. Verabschaut euch jetzt möglicherweise... Ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber egal. Belegung anzeigen. Mal gucken. Schließt euch's vor, wenn ich was finde. Rollen, it's a long. Hä? Schwimmen? Egal. Das finde ich jetzt eigenartig. Das finde ich jetzt... Tastatur, Tastatur, ne? It's a long. It's a long. Ich nehme jetzt einfach it's a long. So. Und weg damit. It's a long. It's a long. It's a... Oi! Naja, das hat's nicht gebracht. Aber egal. Naja. Rollen. Schockt ja irgendwie. Das mache ich zum ersten Mal, dieses Rollen. Und was geht? Weiter hoch, 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 hoch. Ich weiß nicht, ob wir hier waren, aber... Hier waren wir, ne? Habe ich schon erwähnt, dass ich Jones 1 1 0 Spiele-Tipps bin? Jones 1 1 0. J-O-N O-N-E-S-1 1 1 0. S-P-I-E-L-E-T-I-P-P-S. Oh, ne. Wir laufen im Kreis rum. Ich hasse jetzt, dass man im Kreis rumlauft. Kann ich nicht schocken? Ach, ne. Ich bin im falschen Spiel. Ich wollte das Projekt eigentlich sogar schon abbrechen, aber... Ich bin so ein Typ, der sagt... Das schaffen wir, auch wenn ich Splint... Splint spiele. Wie lässt man sich los? Wie lasse ich los? Lass dich los! Einfach loslassen. Geht doch. Naja. Ich hätte mir die anderen Parts ansehen müssen, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Dann wüsste ich jetzt wahrscheinlich, wohin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich der nicht gab. Ach, da. Huh, geht ja noch. Okay. Gleich weiß ich wohin. Wenn das Wasser ist, dann nein. Okay. 10 Minuten sind nicht lang. Aber für dieses Game schon. Aber naja. Das Game ist halt gemütlicher. Er kann keine Rolle. Lava, ich vermisse dich. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt, ähm... Wie? So hältst du fest? Äh, okay. Wie siehst du? Ach so, fest hat man den C. Gut. Hab ich völlig vergessen. Ah ja. Mit C dückt man sich. Ich glaube nicht. Ich wollte eigentlich erst ein anderes Indiana Jones Game holen, aber wer ist das hier? Dann das andere. Das Game ist immer noch inoffiziell. Also spiele ich es. Ich spiele es nicht echt. Ich weiß nicht wohin. Und ich weiß, dass es falsch war, aber egal. Mein Kopf ist... Wo ist mein Kopf? Wo ist die Luft? Ach da. Ist das die Luft? Wo ist die Luft? Ach da ist doch die Luft. Ich hab keine Ahnung. Wo ist die Luft? Wahrscheinlich ganz unten. Oder wartet. Es wird ganz dunkel. Mein Bildschirm. Hat jemand Wasserpumpe? Nein. Egal. Weiter runter. Weiter runter und jetzt wieder hoch. Mein Bildschirm verdunkelt sich wieder automatisch, weil es hier so dunkel ist. Äh. Luft geht ja schnell alle. Obwohl. Eigentlich noch genügend, aber egal. Kamen wir hier her? Ja. Hier kamen wir her. Super. Ich filme jetzt so lange wie ich will. Das heißt, ich würde nicht sagen, willkommen zu Let's Play Indiana Jones und der Tone von Babel. Sondern einfach nur Jones 1 und 0 Spiele-Tips. Zwischendurch. Ich werde es trotzdem... Damit ich nicht immer extra gucken muss, wo habe ich denn jetzt Let's Play gestartet oder ich was auseinanderschneiden muss. Wäre das hier eine Ankündigung-Level oder... Egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt auftauchen. Ist das hier heller? Ja. Ja. Hopp. Jetzt können wir hier sogar noch gehen. Können wir springen? Ne. Gehen wir? Was ist denn das? Auch gut. Und weiter geht's. Da waren wir... Da waren wir nicht. Hoffe ich. Hier waren wir nicht. und hoch hier müssen wir irgendwie da hoch jones bald ich also ich mein mich jetzt ne war auch ein jana jones aber ich hoffe wir haben uns gestritten eine schwere auseinandersetzung aber egal jetzt wird schon dunkel jetzt kann ich wieder nix sehen doch etwas aber wenn es denn hier so hell bei mir wird dann könnt ihr wenn es bei mir so hell ist wie jetzt youtube verdunkelt das ja auch noch dann ist es bei mir ach da ist mein Hut wir dürfen speichern naja das war die erste folge ich sag es trotzdem tut mir leid euer jones 1 1 0 spieletipps au revoir beim speichern gibt es vielleicht immer etwas bumm jones 1 1 0 spieletipps let's play naja jones untertronen von babel cut ist aber auch wahr